Ich soll diesen Term einfacher machen, was ich wissen sollte. E hoch Ln hebt sich auf. E hoch Ln, 17 ist 17. Da fällt E hoch Ln weg. Genauso auf der anderen Seite. Ln, E hoch 17 ist auch wieder 17. Weil wir können den 17er noch voranschreiben. Ln von E ist 1. Und hier das Minus stört ein bisschen. Aber es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich kann mir denken als E hoch minus 1 mal Ln 6. Und das ist E hoch Ln 6 mal minus 1. Ja, weil 3 mal 4 ist 4 mal 3. Und das ist... Ja, und da kann ich jetzt das nächste Potenzgesetz machen. So E hoch 2 mal... X hoch 2 mal 3 ist X hoch X hoch 2 hoch 3. Also hier kann ich mir so eine Klammer denken. E hoch Ln 6 und dann hoch minus 1. Ja, und E hoch Ln 6 ist 6. 6 hoch minus 1. Und das ist 1 durch 6. Weil X hoch minus 1 gleich 1 durch X ist. Das so sollte man wissen. Es geht auch anders. Ich kann es auch an der Stelle... Ich kann sagen, wenn hier ein Minus ist, meint es ein 1 durch... 1 durch E hoch Ln 6. Jetzt kann ich sagen, E hoch Ln hebt sich auf. Und dann habe ich ein Sechstel. Das finde ich fast eleganter. Nein, wenn ich ein Sechstel. Wwater zusammen. Vielen Dank.